So Leute, was haben wir denn auf der rechten Seite? Nein, da ist er, da ist er, da ist er. Ich werde bekloppt. Oh mein Gott, den müssen wir aufmachen. Jetzt ist was ganz anderes drin. Nein. Aber der muss da drin sein. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde bekloppt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde bekloppt. Ausrüsten. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ist das geil. Ja, du hast ihn dann morgen. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Aber du hast eine Schneekugel. Ja, die kriegst du. Die ist aber auch schön. Die hole ich mir auch. Die hole ich mir dann morgen. Oh Mann, er hat den Millennium Falcon. Ist das geil, Alter, ist das geil. Oh mein Gott. Ey Leute, ganz kurz zur Erklärung. Ich bin ja Star Wars Fan von Anfang an. Han Solo, Chewbacca, für mich die Besten überhaupt. So, das ist jetzt ein eigenes Video, Leute. Die anderen beiden Videos könnt ihr euch dann auch noch reinziehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Glauben noch runter. Und tschüss.